Weihnachten ist das Fest Christi Geburt. Weihnachten ist für viele Menschen der Moment im Jahr innezuhalten, nachzudenken. Weihnachten ist aber vor allen Dingen die Zeit, der man sich der Familie und den Freunden widmet. Uns als Union ist Familie sehr, sehr wichtig. Es ist die Keimzelle der Gesellschaft. Wir wertschätzen sie und wir fördern sie. Der zweite Weihnachtsfeiertag ist in der christlichen Kirche das Fest des heiligen Stephanus, des ersten Märtyrers. Wir nehmen dies als CDU-CSU-Fraktion zum Anlass, auf die verfolgten Christen in der ganzen Welt hinzuweisen, aber auch auf die verfolgten anderer Religionen. Religionsfreiheit ist uns ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Insofern ist Weihnachten auch eine Zeit, darüber nachzudenken. Aber Weihnachten ist vor allen Dingen eins, ein Fest der großen Freude. Und genau diese Freude des Weihnachtsfestes wünsche ich Ihnen und Ihren Familien im Namen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und genau diese Freude des Weihnachtsfestes wünsche ich Ihnen und Ihren Familien im Namen der Freude.